Hi, ich bin's wieder. Ich versuch's nochmal auf Wurz. Nachdem der letzte Raid auf Wurz so furchtbar in die Hose gegangen ist, das hat nicht so richtig funktioniert, geht's diesmal mit einer Sniper auf Wurz. Ich hoffe, dass sich dann zumindest, falls wieder so ein Entfernungsding passiert, da leichter den Kopfschuss landen kann. Dazu eine Pistole für den Notfall. Ja, wir sind in unserem Raid. Es ist einfach so gut, dass ich innerhalb von zwei Minuten im Spiel drin bin. Oh, okay. Ja, hier wollte ich hin. Uh, warte mal. Wie kann ich das nochmal... Kann ich das nicht verringern irgendwie? Shit, was ist die Tastenkombination dafür? No! Holy shit, ein 14. Kann ich das nicht? Das kann ich doch kleiner machen. Ich dachte... Rechtsklick, Steuerung, Rechtsklick. Alt, Rechtsklick ist es auch nicht. Mist! Das geht bei dem nicht. Oh, shit. Gut, dann werde ich wohl ein bisschen... Ach, du Scheiße. Dann muss ich ein bisschen anders spielen, als ich dachte. Oh, ich muss erst mal... Wo? Ach, da. Okay. Oh, viel zu nah dran. Ach, du Schande. Ach, shit. Oh, Mann. Jetzt wird's wild. Da habe ich ja ein wildes Scope mitgenommen. Aber ich bin dort gespawnt, wo ich spawnen wollte. Das ist schon mal was. Beziehungsweise nicht, wo ich spawnen wollte, aber... Ich will ins Medical Camp rein, hier. Würden Sie bitte sterben. Was hat der denn gerade wieder alles weggetankt? Das war doch ein Kopfschuss zwischendurch mal. Ich habe sogar Blut gesehen. Eins. Einer ist weg. Das andere ist ein PMC, oder? Das eine war klar, es sah aus wie ein Scaff, aber... Überhaupt nicht sicher gerade, was er ist. Und es pisst halt immer noch, beziehungsweise schon wieder. Mega ärgerlich. Mega ärgerlich. Ach, geht doch. Du bist ein Scaff, auf jeden Fall. Und du? Bist auch ein Scaff, aber mit einem Helm. Und einem Rucksack. Nicht Waffe wechseln, was soll denn das? Ähm... Was? Warum? Okay, was brauche ich hier nochmal? Ehring, Milch, ich brauche Kekse. Ah, ich nehme jetzt die Milch mal mit. Sag mal. Danke. Okay. Diese Pistole scheint ein großer Schmutz zu sein. Ich glaube, ich habe immer drüber geschossen. Habe ich die aus Versehen? Ne, 25 Meter genullt eigentlich. Aber ich glaube, ich muss wesentlich tiefer aimen. In dem Fall. Hier ist ein Haufen Essen. Was suche ich denn nochmal hier alles? Eine weiße Weste. Er hat einer von... Ich verstehe nicht, warum er mir die ganze Zeit gerade die Waffe wechselt. Den habe ich erwischt, oder nicht? Ja. Das ist auch keine weiße Weste. Die Schrotflinte, die der hat, könnte nützlich sein. Technische Versorgungskiste. Plexiglas. Metallteile brauche ich. Er wechselt schon wieder die Waffe. Warum? Der kassiert einen Headshot aus der Pistole und steht noch. Der stirbt jetzt da im Metalldraht. Was zum Teufel. Nur Relais auf Reserve. Schlecht. Hier war doch gerade einer. Genau hier stand einer. Gerade eben. Scheiße. Scheiße. Rennt doch nicht so wild hin und her. Meine Herren. Dann gehe ich euch jetzt mit der Pistole jagen. Ganz ehrlich. Der eine müsste schon so gut wie tot sein. Sein hässlicher Helm hat einen getankt. Wo ist der andere? Hier waren zwei. Auch nur eine Pistole dabei. Der Fahrradhelm. Ja, hast du gesehen, wie die eingeschlagen ist, ne? In seinem Fahrradhelm. Voll von oben drauf, ey. Kein Platz. Das ist jetzt schlecht. Ärgerlich. Nicht nehmen. Warte, machen wir es anders. Weil den habe ich versichert. Ich suche Kekse. Eigentlich. Fucking Bandagen. Also Heilung habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder genug. Hier hat einer gelacht. Lukas, hi. Ich habe halt keine Munition mehr. Für die Pistole. Weil ich die ganze Zeit mit der Pistole am rumballern bin. Ich wollte eigentlich snipern. Leute. Das gibt es doch nicht. Ah. Keine Ahnung, ob das taugt. Habe ich ihn erwischt? Ich hoffe es. Schauen wir mal. Ja. Jetzt brauche ich ne Nahkampfwaffe. Irgendwas von diesen Scavs hier. Was hast du? Ne Pistole. Schmutz. Brauche ich nicht. Äh. Du? Ja. Das kann ich benutzen. Sehr gut. Die ist sogar nicht schlecht. Ach. Komm. Weg. 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 Du hast keine Magazine dafür. Wo ist die Pistole? Scheiße. Nein. Was ist hier los? Dieser Raid ist komplett komplett rigged. Wie viel Munition ist hier drin? Na ja, immerhin ist sie voll. Würdest du bitte... Warum überlebt ihr offensichtliche Headshots? Ist das Munition, die in meine AK auch reingeht? Sieben... Ne, das ist... Ach, verdammte Axt! Brauch ich gar nicht nachgucken. Mein Chat disconnected immer wieder. Falls ich mal auf irgendwas nicht antworte, dann vielleicht einfach nochmal schreiben. Jetzt bin ich wieder drin. Ich suche eigentlich Kekse. Tracer Munition. USGS, das ist, glaube ich, alles Schmutz. Bin mir aber nicht sicher. T45, M1, keine Ahnung. Okay, Moment, ich suche Kekse, Mann! Hier Kekse drin. Technische Versorgungskiste, ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht finde ich hier endlich ein Maßband. Uh, den brauche ich. Oh, Mann, nix, nix gescheits! Vorratsrationen. Da hätten Kekse drin sein können. Was haben wir hier? Technisch? Schnee. Wo ist er? Hier kam doch gerade einer angerannt. Nope. Was bist du für eine Kiste? Medizinisch. Behaltet mal diese Granaten für euch. Einmal raus. Was? Wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Zwölf Minuten? Ich kämpfe hier mit Scavs zwölf Minuten lang. Im dämlichen Medical Camp. Es ist total bescheuert. Okay, was sind meine Ausgänge? Ah, Outskirts. Okay. Ja, das heißt, ich muss langsam los. Ich kann mich nicht mehr mit denen auseinandersetzen. Wie viel Munition ist jetzt hier noch drin? Fast voll. Okay, geht noch. Ich schau mal kurz, was der Scav hat, der hier vor mir an dem Felsen liegt, den ich da erwischt hab. Das Scope will ich haben. Danke. Okay. Nicht zu lange hier im offenen rumstehen und looten. Dann war da unten noch ein Kill passiert auf der Straße. Ich suche ja auch immer noch die weiße Weste, ne? ьingang.... ich kann hier nicht losgemeinen auch. Ziterausgabe. Ich möchte olden Rhin Дав参ti�... ja klar... ich möchte ich euch dazu den Aufienza�ersgabe tun, dass ich mir so administraten werde. Du bist der... enden R혀-Bott Scav. chirurg? purified water das ist destilliertes wasser destilliertes wasser entzieht ganz ganz viel wasser leute solltet ihr niemals trinken nee du sollst dich hinlegen also das geht ja ein bisschen nicht mehr ich würde ganz gerne mal kurz musst du trinken in tarkov ich habe 500 stunden tarkov gespielt nur pve bin ich neu aber nice try ich bin nicht gut in dem spiel das sage ich damit nicht nein mein ernst so ein quatsch saftsack hast du wenigstens eine weiße weste an ist das eine ja oh mein gott scheiße scheiße okay wait dies geht da drauf cool was für ein level bist du level 1 falsche munition ok oh mein gott mach das wieder weg mach das weg schmeiß es weg schmeiß es irgendwo hin ich werde kein destilliertes wasser in tarkov trinken es gibt glaube ich eine jäger quest da muss man stimmt man davon sofort in tarkov sogar gut das war die quest mit den skeff kills seh ich irgendwen im holzfällerlager nee irgendwie nicht ich hätte jetzt gerne hier noch ins holzfällerlager kurz rein gesniped da oben vielleicht weiß gar nicht wo genau die sitzen können ne so weit oben nicht da auf der höhe glaube ich irgendwo nein du stirbst nicht achso ich wollte mich nebenher noch ein bisschen heilen ne und mal langsam richtung ausgang spazieren einfach trinken ich werde kein destilliertes wasser trinken das klingt nach einer dummen idee ich habe da gerade ein laufen sehen ach das wäre natürlich jetzt zu schön gewesen einmal mit profis weißt du wenn du mir schon nicht sagst was für ein effekt das hat dann ist das sehr sehr verdächtig wenn ich recht habe was heißt denn wenn ich recht habe du hast gesagt das ist geil aber nicht dass es irgendwie was tun würde also egal was passiert du hast im ersten moment recht weil es wird halt irgendwas passieren und wenn du das toll findest dann hast du recht so dass die wette geht nicht auf warte mal ich bin gerade verwirrt die map wurde geändert kann das sein ein bisschen hier hinten in der ecke da war doch immer eine mauer oder nicht nehme ich gleich mal mit ne du bringst mich dann das ist brauche ich brauche ich brauche brauche ich brauche ich brauche deine brauche ich te fr президente Jetzt, wo die Sonne scheint, es richtig schönes Wetter ist, wunderbares Sniper-Wetter, ne? Du bist ein PMC. Oh, jetzt habe ich nur noch drei Minuten, ich kann den nicht looten. Oh, nee. Och. Und ich bleib da stehen wie so ein Depp. 15 Kills. Ein Bär. YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Oh Mann, war das dumm. Oh. Und wie instant der mich gehatchertet hat, was war das denn? Das war ein Scaf, ne? So eine Scheiße. Ich stand schon am Ausgang. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär.